Stell dich mal bitte ganz kurz vor. Also ich komme aus Hockenheim, Rennstadt, kennt ihr wahrscheinlich, Formel 1, ne? Hat genauso viel PS wie ich. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Dein Name wäre vielleicht ganz cool. Also wissen die das nicht, oder was? Ja. Aber ich heiße Torrennen wie der Gott Thor mit dem Hammer. Das ist doch mal ein erster Eindruck.